Level 3 von Sternwind aus Deutschland. Hoffentlich mal wieder ein normales Stage, das wäre cool. Und Janomano und Isaman euch auch. Danke, Finn Supportmann. Oh, das war close. Das ist immer ein bisschen ein ungutes Gefühl ohne Power-Up. Und Malekai, servus. Jetzt haben wir das Power-Up bekommen. Also die Stages tun uns momentan wirklich keinen Gefallen. Die sind echt schon krass, finde ich. Bitte nochmal ein Power-Up, das wäre cool. Leben nehme ich auch. Das Ziel. Also, ich lasse aber keinen Like da, es gab zwei Leben. Let's go. Forest aus Finnland. Schon mal schön dekoriert auf jeden Fall. Okay. Wow. ich finde die level schon krass momentan wirklich ernsthaft ja ich nehme die liane also wenn man da unten nicht stehen kann ist also in welche soll man gehen unter wasser pipe oder in die obere pipe das dürft ihr entscheiden ist aber auch im moment oben oben also gut dann gehen wir oben lang leute wenn ihr lieber oben wollen oben 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 also gut dann gehen wir nach oben leute ich hoffe die ist nicht ultra fan check point wäre auch mal cool in der stage also die meisten sagen weiter deswegen wir machen weiter jetzt hier kann ich nicht beschweren momentan wir haben halt relativ viel privates zeug zu tun durch den umzug und dadurch dass wir jetzt den haushalten merchant so ein bisschen ist halt viel los bei uns momentan zu hause aber ja kriegen wir schon irgendwie hin aber viel los halt momentan aber ist auch okay also mir gefällt es auch richtig richtig gut auch wieder ein süßes stage also wir kriegen süße stages auf jeden Fall ein kitten heiß er muss auch grüß der reporter ist hier auch wieder mit am start und wie soll man die bekommen das finde ich doch echt krass oder okay da unten kann man stehen also schlüssel haben wir mit am start leben können wir keine fahren bis jetzt das muss ich mir noch mal angucken okay da kommen die und dann kommt er da gibt es nochmal eine pipe soll man uns die pipe angucken ja oder also wir gehen da in die pipe oder wir riskieren es einfach wir gehen da einfach mal rein und gucken mal also man könnte hier schon ins ziel aber wir haben noch kein leben also eben shell hochwerfen ging in dem anderen level auch nicht du kannst in dem team keine shell hochwerfen leider also wenn das alles ist dann bin ich heavy dann wird man endlich mal für seinen mut belohnt so oft sieht man da abgefuckt wenn man dann noch in die pipe reingeht sehr gut also wir haben die drei leben kommen aus der pipe wahrscheinlich raus sehr gut kriegen noch ein leben sehr schön gleich verdient also wir lassen dadurch echt süß gemacht alles in allem weiter geht's japanische level mit vielen symbolen damit luren die zusammen das ist besser dann haben wir ein bisschen mehr ruhe jetzt müssen wir uns das mal angucken in ruhe bliebende toxic pilze wenn sich alle an einem spot sammeln da habe ich nichts dagegen wir lassen die sich alles sammeln an einem spot dann haben wir es viel einfacher ich glaube wir machen das die ganze zeit heute mal ohne cabbie und oder ja heute gibt es mal keine cabbie da kommen noch mehr abgerutscht ärgerlich das hätte nicht passieren sollen so viele maschis ja so eine fähne horde die autogramm möchte leider wollen wir aber keine autogramm die wollen wir nur wir tun aber noch mehr dass die da jetzt nicht hier hoch springen können das ist aber auch wehrt springen die jetzt hoch die springen hier nicht mehr hoch wehrt oder ich meine die haben nichts dagegen weil dazu kann man ein bisschen schießen 200 Sekunden left ein lot in a hurry i have all the time of the world sind die noch da aber eventuell kriegen wir die lebt also dass man da sehr schönes level aber da geht der spaß und wenn sich so eine fun saturday morning wallkicks johann da war ich doch auf dem drauf digger schade jo oh okay 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 twirl twirl bumm okay weiter geht der spaß checkpoint danke dafür den fufi hätte ich eigentlich schon noch gerne danke danke okay da können wir irgendwie unten ran hocken scheinbar so ein herzinfarkt in der stage wo ich mal hin da hoch das ziel ist sehr gut ich würde sagen wir lassen da da also jetzt können wir kurz mal gucken links oben ihr seht den gelben banner links oben oder links unten in dem gelben banner seht ihr den levelcode da könnt ihr ihnen dann immer irgendwie ein screenshot machen oder wenn ihr denkt hey guck mal cooles level also das problem ist dass man den halt nur davor sieht das man könnte da hoch sollte man vielleicht tun vielleicht da oben ein secret ein leben also die levels sind schon sick heute finde ich also ultra schlecht sind die nicht aber manchmal auch ein bisschen das ist eigentlich dass man noch da gehen Da brauchen wir einen Schlüssel und wir brauchen vier rote Coins. Da haben wir den Schlüssel. Die roten Coins spart er sich noch auf der Accraider für später mal. Top-Ups! Cool Idee. Okay, da brauchen wir noch ein gutes Timing. Cool Idee man! Richtig sick! Ich glaube, ich verstehe. Sick, man. Richtig sick. Okay, das verstehe ich noch. Okay, ich verstehe. Aber ich kriege es nicht hin. Ah, reicht nicht. Schade. Schon Premium, finde ich, was wir gerade kriegen an Stages. Ich finde es ultra cool. Checkpoint wäre mal cool. Den brauchen wir. Zehn, da kriegen wir auch Leben fahren. Müssen wir uns nicht kümmern. Wir kriegen wahrscheinlich die drei Leben, wenn man die Flagge bekommt. Warum es gerade nicht funktioniert hat, ist die große Frage. Richtig cooles Ding. Da ist noch ein Sieg mit ihm. Ich kriege noch mal ein Power. Leben. Ich finde eigentlich keine Münzen mehr. Ich habe Schiss, dass wir wieder rüberkommen. und dann kriegen wir am Ende nur zwei Münzen für die nächste Stage. Ich weiß nicht mehr, was da unten war. Ja. Ach, come on. Also, mir gehen die Türe. Ich die cooles Level. Cool, wir kriegen auch mal ein Checkpoint. Da ist auch noch mal eine Münze. Da ist eine Münze. Wie soll ich denn da dran kommen? Hier ist doch... Ah. Cool. Gehen wir mal noch 200 Sekunden. Wir gehen mal in die Türe. Die Frage ist Survival oder müssen wir da hoch? Okay, wir müssen da hoch, glaube ich. Okay, wir müssen da hoch, glaube ich. Und dann hier einen Ground Pawn zwischen rein. Jetzt bauen wir wieder einen. Was ist denn da hoch ist? Und jetzt? Und dann... hilfe das fährt das ding weg müssen wir es noch mal hätten für den power wow man schlüssel hammer sehr gut ich hoffe es darf ich noch mal ein checkpoint ich habe dass ich jetzt dann bald vorbei da ist noch mal eine rote pfeil die schnur für die drei leben glaube ich bekommst du ja sowieso und dem ist eigentlich wurscht ich hoffe es vorbei jawohl und wer macht jetzt für mich kaputt das ist doch echt ein bisschen zu viel des guten mann schon bitte explodieren danke was ich das da auf jeden fall bleibt aber irgendwas mal noch zum abschluss leute mega stage die heutigen levels sind richtig immer ja malen okay was was soll mann malen hat irgendjemand die idee bombe mit zinschnur also so so jo also ich hoffe man kann es erkennen sieht zwar aus wie irgendwie ein jamaikaner der gerade irgendwie was raucht oder so aber bombe mali also wir lassen diesen kommi mal da sehr gut da wird das dich hoffentlich freuen aber die stage die war auch echt sick also generell leute die letzten stages die wir bekommen haben sind echt der absolute hammer gewesen wie viel leben haben wir denn jetzt mit am start überhaupt 32 level geklärt 21 leben leute wir sind wieder richtig gut dabei eben schön dass ihr dabei war und kuschelt auf jeden fall mit euren lieben habt euch alle immer lieb und bis zum nächsten mal macht's mal gut jen will tschüss 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 Vielen Dank.